Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode E-Car Review News. Heute geht es um die Batterieproduktion und die entsprechenden Batteriepreise. Das ist der teuerste Teil an jedem Elektroauto und es geht natürlich auch um die Speicherkapazitäten, die Transformation zu erneuerbaren Energien und natürlich dem Zwischenspeichern von der Energie. Darum geht es natürlich auch und da blicken wir heute mal im Detail drauf. Wenn du neu dabei bist, lass gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und wir beginnen hier mal mit einem Bericht von Elektroauto News. Es geht nämlich darum, dass die Kapazität von Batterieproduktion weltweit bis auf 6000 Gigawattstunden gehen soll. Außerdem, dass wir in diesem Moment bereits, wenn es um die Produktion in China geht, von einer Überproduktion sprechen. Also mit anderen Worten, es ist jetzt endlich der Punkt erreicht, in dem die Produktion von Batterien schneller wächst, als tatsächlich die Nachfrage nach Elektroautos und natürlich auch die Nachfrage nach Speicherkapazitäten. Das sind ja die zwei großen Felder, in denen man sich bewegt. Da sprechen wir eben halt von den Speichern für zu Hause, wenn man eben halt eine Photovoltaikanlage hat und natürlich auch von den großen Speichern, die in der Industrie eingesetzt werden. Wenn wir uns jetzt mal die Nachfrage nach Lithium-Ionen anschauen, dann sehen wir 2016, waren wir bei 90 Gigawattstunden und davon waren insgesamt 49 Prozent für die Elektromobilität. Jetzt eben halt in 2023 liegen wir bei 934 Gigawattstunden und der größte Teil mit 80 Prozent wird getrieben von der Elektromobilität. Natürlich muss man immer hier auch wissen, dass es nicht nur um reine elektrische Fahrzeuge geht, sondern natürlich auch ein Hybridfahrzeug eine Batterie enthält und somit natürlich diese 80 Prozent Nachfrage, die es hier gibt, auch Hybridfahrzeuge enthalten wird. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, wir haben ja immer dieses Thema, wann kommen mal günstigere Elektroautos? Wenn erst mal skaliert wird, fallen die Preise. Das ist logisch. Und natürlich, wenn jetzt noch ein zusätzlicher Preiskampf kommt, dann wird das natürlich noch interessanter für den Kunden. Für Europa ist das zurzeit ein Problem, weil China sehr, sehr dominant ist. Und hier haben wir auch zum Beispiel einmal einen Überblick. Wenn es um LFP-Batterien geht, sind wir inzwischen bei 77,9 Dollar pro Kilowattstunde. Das ist ein immens guter Wert und das wird in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht sogar auch noch schneller, wenn es eine Überproduktion gibt, in Richtung 50 Dollar gehen. Und es geht natürlich am Ende darum, dass wenn man ein 20.000 bis 25.000 Euro Elektroauto bauen möchte, dass natürlich derjenige gewinnen wird beim Kunden, der so viel Reichweite wie möglich, also wir sprechen hier vielleicht mal von 450 bis 490 Kilometern in WLTP, eben halt auch für diesen Preis anbieten kann. Das ist so ein bisschen die Benchmark, wo es ja in den nächsten fünf, sechs Jahren hingehen soll. Und dann wird es natürlich auch wirklich interessant, weil die Verbrennerfahrzeuge dann rein technisch und auch vom Preisgefüge kaum noch eine Chance haben werden. Dann haben wir hier natürlich noch mal die Anteile, wenn es um die verschiedenen Autobauer geht, wie viel Prozent der gesamten Neuzulassungen, die sie haben und der Flotte, sind tatsächlich rein elektrisch. Man muss fairerweise sagen, Bloomberg nimmt hier auch in den Statistiken Hybridfahrzeuge rein. Deswegen ist es etwas höher bei einigen Marken, als es in der Realität eigentlich ist, wenn man sich auf rein elektrische Fahrzeuge konzentriert. Natürlich ist Tesla nicht dabei. Die sind zu 100 Prozent elektrisch. Auch Polestar genau das gleiche Spiel. So wie auch zum Beispiel Rivian ist nicht dabei, die ja auch 100 Prozent elektrisch sind. Also die hat man jetzt hier erstmal rausgelassen. Aber man sieht, auch bei VW und der gesamten VW-Gruppe haben wir jetzt inzwischen einen Wert von 10 Prozent erreicht. Und dafür, dass eben halt VW zu den größten Autobauern der Welt gehört, ist man doch schon einige Meter weiter als zum Beispiel Toyota. Dann geht es natürlich auch um die Investitionen weltweit. Und jetzt sehen wir den Effekt in diesem Moment ja erst aus China, die eben halt eine Überkapazität haben, was die Preise senken wird. Jetzt ist aber noch gar nicht der Faktor der USA mit eingespeist. Wir wissen, dass auch in Deutschland massive Förderungen Northvolt gegeben werden. Das wird immer viel kritisiert, weil man sagt, naja, da kommt ja keiner mehr nach Deutschland. Keiner will mehr investieren. Ja, grundsätzlich wollen sie investieren. Aber sie gehen natürlich dahin, wo die größten Förderungen sind. Und da kann man ganz wenig machen, außer dass die EU sich richtig mal zusammenreißt und auch ein Investitionsprojekt jetzt startet. Denn in den USA werden, und das ist der reinste Wahnsinn, 72 Milliarden Dollar nur in die Batterieproduktion investiert. Das sind bereits Dinge, die durch die Förderung zugesagt sind. Das ist ja absoluter Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, wie viele Batterieproduktionen hier also in den USA entstehen werden. Und das ist natürlich auch politisch gewollt, weil man sich hier unabhängiger von China machen möchte. Und all das zusammen führt natürlich zu der Frage, wann wird es günstiger für Elektroautos als Verbrenner? Das ist in vielen Fällen bereits der Fall, wenn man sein Elektroauto auch richtig nutzt und entsprechend auch vielleicht zu Hause laden kann. Und selbst wenn man nicht zu Hause laden kann, kann es in vielen Fällen je nach Modellvariante bereits der Fall sein. Entscheidend wird natürlich der Fall sein, wann ist es dann auch beim Kleinwagen der Fall. Und wir haben natürlich jetzt noch einen erst entstehenden Gebrauchtwagenmarkt. Auch das ist ja so ein Thema. Gebrauchtwagen im Elektroautobereich, ganz neuer Markt, hat ja so in dieser Masse noch gar nicht existiert. Der wächst ja jetzt erst. Und so hat man im Verbrennerautomarkt natürlich viele Gebrauchte, die man natürlich noch günstiger bekommen kann als jetzt ein Neuwagen, als elektrischen Neuwagen. Das ist vollkommen klar. Aber ein Kleinwagen, und da haben wir ja bereits drüber gesprochen, wie das Citroën EC3. Oder jetzt kommen ja auch viele andere Modelle in dem Segment zwischen 22.000 und 28.000 Euro. Da geht es in die richtige Richtung. Und niedrigere Batteriekosten machen das natürlich viel früher möglich und auch viel interessanter, für entsprechende Autobauer da zu investieren und in dieses Segment hineinzugehen, um dann die Kundschaft zu gewinnen. Und da könnten wir tatsächlich ja dann auch endlich mal eine Umkehr sehen, eben halt wieder mehr kleine Autos, mehr günstige Autos. Und das ist ja im Verbrennermarkt auch immer seltener geworden, dass es eben halt Kleinwagen gibt. Und auch in der Elektromobilität gab es ja einen Trend dazu. Ein berühmtes Beispiel ist der VW E-Up, der ja einfach gestrichen worden ist, obwohl er ja so gut sich verkauft hat. Also der Kunde wollte es eigentlich haben, aber mit Preiserhöhung und dem Streichen des Fahrzeuges hat man jetzt seinen Teil dafür getan. Also die Elektromobilität mag vielleicht noch in 2023 und vielleicht auch noch ins Jahr 2024 totgesagt werden. Aber weltweit steigen die Zahlen. BYD zeigt es, was es bedeutet, Kleinwagen zu produzieren. Die Zahlen steigen rasant. Und auch das wird natürlich irgendwann nach Deutschland kommen. Vor allem im nächsten Jahr sehe ich da sehr, sehr viele Kleinwagen, die auf den Markt kommen. Und dann werden wir in den nächsten drei, vier Jahren noch eine große Überraschung sehen. Vor allem für die Leute, die immer noch glauben, die Elektromobilität wird wieder verschwinden. Auch wenn viele Leute sich vielleicht bis dato noch kein Elektroauto kaufen werden. Also ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Es freut mich, dass du dabei gewesen bist. Und hoffe dich natürlich im Laufe der Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Also mach's gut, bis dann und tschüss.